Abstand halten Zeitlich die Spanne zwischen zwei Zeitpunkten Räumlich räumliche Entfernung zwischen zwei Punkten Körpern Abstand zu halten ist jetzt eine der wichtigsten Maßnahmen gegen Corona-Infektion So können Sie sich und andere Menschen vor der Krankheit schützen Halten Sie immer etwas Abstand zu anderen Menschen Achtung! Zu plus Dativ Der Abstand beträgt zwei Meter Heißt, der Abstand zwischen Ihnen und der Person vor und hinter Ihnen soll mindestens zwei Meter sein In der U-Bahn lassen Sie zwischen sich und den anderen Menschen immer einen Platz frei Das ist ein genügender Abstand Bei der Begrüßung küssen Sie niemanden und umarmen Sie niemanden Waren Sie Abstand Nehmen Sie Abstand von überflüssigen Aktivitäten Verzichten Sie auf Massenveranstaltungen Nehmen Sie bitte keinen Abstand von der deutschen Sprache Denn nur dann werden Sie mit Abstand die Besten Verzichten Sie auf Massenveranstaltungen Und Sie können Sie mit Abstand der Begrüßung Verzichten Sie auf Massenveranstaltungen Verzichten Sie auf Massenveranstaltungen Verzichten Sie auf Massenveranstaltungen